Hallo, schön, dass du hier bist. Hattest du schöne Weihnachtsfeiertage? Ja, das freut mich. Ich habe natürlich auch noch ein Geschenk für dich, das ich dir heute sehr, sehr gerne überreichen würde. Ich habe mir nämlich etwas Besonderes überlegt und eine ganz, ganz tolle Box bestellt, die ich dir heute schenken würde. Oder auch werde. Hier ist die Box. Ich weiß nicht, ob du schon mal von Trendrader gehört hast. Ja, okay, sehr gut. Also, die stellen jedes Monat nachhaltige Boxen her. Und dieses Monat nennt sich die Box Allotted Glow. Und ich dachte mir, ich mache dir einfach ein besonderes Weihnachtsgeschenk. Und, ja, ich schenke dir den Inhalt. Du kannst dir dieses Häft dann auch gerne durchlesen. Du kannst, wenn dir die Box gefällt, natürlich auch die Jena Box abonnieren. Die nennt sich viel New Box. Da gibt es Produkte im Wert von 100 Euro. Und ich glaube, es gibt da jemanden, die nennt sich Anna Husbars. Die hat immer so einen Code. Da nennt sich Anna Husbars 15. Da kannst du 15% sparen. Und dann zahlst du sogar nur, glaube ich, unter 30 Euro für die Box. Also, das zahlt sich auf alle Fälle aus. Ja, ich starte mal mit dem ersten. Ist sie nicht süß? Und dann haben wir diese kleine Wärmflasche von der Marke Hugo. Steht hier. Ich werde mal nachsehen, wie viel die kostet. Die Kasse hat 7,95 Euro und ist einfach für die Winterzeit das perfekte Gadget. Und, ja, die Produkte von dieser Marke, also Hugo Frosche, sind nachhaltig produziert und bestehen aus recycelten Materialien. Da wird das Ökoherz doch ein bisschen wärmer. Sehr süß. Und mit einer Wärmflasche kann man eigentlich nie etwas wasch machen. Ja. Hier haben wir eine Seife mit Aktivkohle, 100% natürlich vegan angemacht. Von meiner Naturkosmetik. Hier steht eine Mischung aus hochwertigen und reichhaltigen Pflanzentüren reinigt, sanft und erfrischt und pflegt die Augen. Zusätzlich verleihen die natürlichen Öle Feuchtigkeit, Uschmeidigkeit und Wohlfühlgefühl. Die aktive Kohle entbehren durch ihre absorbierende Merkung Schmutz, Talgablagerungen, Bakterien und Schadstoffe aus der Haut und hinterlasst ein samtiges Gefühl. Natürlich gucke ich auch nach, wie viel die kostet. Die kostet 10 Euro. Ja. Schon ein stolzer Preis für eine Seife, oder? Oh, wow. Seht ihr mal diese Verpackung an. Wunderschön, oder? Das ist von Pocca. Pocca. Revital, After Dinner, Nighttime. Sehr spannend. Von früh bis spät. Willkommen bei dieser Kollektion ausgewählter Day-to-Night-Bio-Kreuter-Dates. Sie sollen eine Geschmacksgenossen verböhnen und eine Seele stimulieren. Reise mit Ginseng, Margarine, Kohl und Kokomo. Revital, After Dinner, Nighttime. Durch den Tag von früh bis spät. Deine Schachtel Dillier-Kräuter beiseiten. Die ist richtig, richtig schön, oder? Ja, gefällt mir auch sehr gut. Die Kastchenchen. 3,49 Euro. Möchtest du gleich ja dann ausprobieren? Ja, kannst du nachher. Ich muss mal die Schachtel anheben weiter. Wer holt? Was haben wir hier? Möchte das? Hier haben wir von Paldini Happy Christmas. Das ist eine 100% reine Naturduft aus naturalen ätherischen Öl mit Orange und Weißtanne. Okay, die sind auch für Massagen geeignet. Ah, das ist ein schönes Anlemente, auch wieder. Aber gleich, oh, riech mal. Das riecht so richtig weihnachtlich, oder? Ja. Ah, ist das gut? Das kann ich mir sehr, sehr gut in einer Duftlampe vorstellen. Dann schauen wir mal, was das kostet. Das kostet 8,90 Euro. Die schönste Zeit des Jahres ist geprägt von herrlichen Aromen, die unsere Seele einlöhnen und in uns in ein Meer von Tannengrün Glühwein an der Platze hindurch tauchen. Ja, sehr, sehr schön. Findest du den Geruch angenehm? Ja. Okay, ja, ich finde, Naromika gefällt mir sehr, sehr gut. Was haben wir hier? Hat das gereicht? Nein. Packst du gerne? Genau. Ja. Hier haben wir nämlich ein färbendes Lebensmittel. Das ist die Farbe Gelb von Eat a Rainbow. Nicht künstlich, voller Farbinzentivität. Vegan und Glutinfrei. Ist geeignet zum Einfarben, Backen, Dekorieren und Kochen. Eine sehr, sehr coole Sache, weil ich mag das auch nicht, wenn man da so künstliche Aromen verwenden muss, um irgendwas einzufärben. Aber das ist gar cool. Das ist ein Obstkonzentrat. Aus Zitrone und Sauflor. Maltodextrin und Zitrone und Sauflor. Ja, spannend. Ich hoffe, du kannst etwas sehr, sehr cooles damit packen. Schauen wir mal. Das kostet 2,95 Euro. Und, ja. Ist eben von Eat a Rainbow. Cooler Name, oder? Ja. Gefällt mir richtig, richtig gut. Gut, das haben wir hier auch. Das kannst du natürlich zum Backen auch sehr, sehr gut gebrauchen. Wir haben hier einen eco-friendly Backpensler zum, ja, Backen, Kochen, je nachdem. Oder wenn du irgendwo eine Klasse rauf erstreichen musst oder möchtest. Hast du sowas schon zu Hause? Noch nicht? Ja, klasse. Dann kannst du das ja jetzt zu Hause gut gebrauchen. Der kostet 5,33 Euro. Und Backen war gestern. Nachhaltig Backen ist heute. Und um diese grüne Herbewusstseinveränderung auch bestmöglichst in deinen Küchenalltag zu integrieren, dann benötigst du die Sonnabellmittel von Backen. Genau. Ja. Also ich glaube, damit wirst du schon was Gutes zaubern können. Ja. Was haben wir hier? Oh, ich glaube, ich weiß schon was das ist. Ein Puffer. Ein Puffer. Möchtest du mal daran riechen? Ja? Okay. Dann machen wir es mal auf. Das war's, das war's. Seegar Tough. Gute. Ich spiele dir jetzt Burgesschen. Ich sehe bitte. Du musst du mal auf ihre Worte sagen. Ich sehe mich auch richtig, weil ich mroge den geringen. Du kannst ja mich auch mal auf diese Worte sagen. Warte sagen. Ich sehe mich einfachen. Ich sehe mich einfachen. Du kannst du lain. So sieht das aus. Das riecht aber sehr, sehr süß. Ich mache mir mal einen Spritzer drauf. Machen wir bei dir auch. Ja, aber das riecht gut. Sehr süß, aber lecker. Findest du auch angenehm im Duft. Ja, es riecht, ja wirklich sehr, sehr süß. Fruchtig, blumig. Mag ich sowas, mag ich ganz, ganz gerne. Und ich habe gesehen, dass es dazu auch eine Bodylusion gibt. Mit Parfüm, mit Parfüm. Und die hat sich ein Haar reiert hat. Okay, riechen wir mal daran. Riecht jetzt nicht so intensiv wie das Parfüm. Aber es ist jetzt nicht so meins, muss ich sagen. Gefällt es dir? Ja. Also da finde ich den Geruch von Parfüm besser. Schauen wir mal. Die Bodylotion kostet 3,95 Euro. Es ist von Miro Cosmetics. Und hier steht gerade, in der kalten Jahreszeit müssen wir unsere Haut ein wenig unterstützen, wenn es um den perfekten Klo geht. Zum Glück kann man in diesem Fall die Clam Light Bodylotion von Miro Cosmetics zur Hilfe nehmen. Versorgt deine Haut mit Feuchtigkeit. Verleiht auch noch einen, passend für eine Festlinie auf einem zarten Duft. Für den perfekten Clam Faktor. Aber ich muss sagen, den Parfüm oder den Duft finde ich jetzt nicht so gut. Und das dazu passende Parfüm kostet 9,95 Euro. Und das finde ich, ja, das finde ich schon gut, oder? Ja, okay. Was haben wir hier? Einen Glow Shot mit Apfel, rote Beete, Himbeer, Ingwer und die Moodle besser. Okay, für den Glow von innen. Wir vertrauen auf die Gaben der Natur von Berliner Schotter. Kräftig schütteln. Dann machen wir das mal. Ich muss die Wachsen und bitte immer das herschieben. Okay, dann machen wir das mal. Oh, also den Ingwer riecht man sehr aus. Oh, scharf. Ein Schluck für dich. Aber ich glaube, der verleiht einem wirklich so den gewissen Kick am Tag, den man mal immer braucht. Ja. Und der kostet 1,24 Euro. Und hier steht für den Glow von innen. Versorg dich Berliner Schottermanufaktur. Mit ihrem Fruchtpower. Glow Shot mit Apfel, rote Beete, Himbeer und Ingwer. Beeintest du dich in diesem handelten Getränk für unterwegs? Das vier Vitaminbomben zu einem Pro-Beauty-Team. Was deiner oder für deine innere Schönheit. Ab, ab, einen Rinden-Shot. Den kannst du gerne noch später weitergehen. So, wir. Könnte da drinnen sein. Ich glaube, es sind Ahringe, ich fühle das schon mal so. Letztere lang. Ja, es sind Ahringe. Ja mal. Mit so Sternchen. Die sind schön. Ich habe hier leider keine Ahrliche. Hast du Ahrliche? Ja, okay, gut. Also du kannst die auf alle Fälle tragen. Schöne Verpackung, oder? Ja. Gut. Also, die kosten 25 Euro. Im Dezember strahlt das Leuchten der Lichter und Sterne von überall her. Und wir wollen, dass du es ihnen gleich tust. Gleich zwei kleine Sternchen in Form von Ohrringen sendet dir die Marke Amalik nach Hause und verwandelt dich damit zum Assemblet einer strahlenden Weihnachtsnacht. Die sind mit hochwertigem Edelstahl vergoldet und natürlich nickelfreien von den glänzenden Haftritten. Ja schön, die werden dir auf alle Fälle sehr, sehr gut stehen. Ja. Was haben wir hier? Das ist eine schöne Verpackung. Und da ist sogar ein kleines Öffchen drauf. Also Madagascar dunkle Edelwollmilch. Für nur 50% Kakao Schokolade. Mehr als Bio. Und ich finde die Verpackung so, so schön. Ausgewählte Herkunft dieser kräftige Kakao. Ausgewählte Herkunft dieser kräftige Kakao. Der Sorte Trinitario, Riola und Verrast. So stammt er hauptsächlich aus dem Norden Madagascars. Mit seinem intensiven Geschmack verleiht der Kakao. Diesen dunklen Edelwollmilchschokoladen, ausgewohntes frutiges Aroma. Rohstoffe aus langjährigem Anbauprojekt. Schweizer Herstellung, klimaneutrales Projekt. Aus Kakao, Masse, Rohzucker, Kakao. Gut, da wollen wir es überfahren. Okay, möchtest du mal probieren? Ja. Hier ist sogar so eine kleine Kakaobohne drauf. Schmeckt wirklich richtig frutig. Also nicht richtig, aber irgendwie hat es so eine kleine frutige Unternote. Und sie schmeckt auch wirklich sehr, sehr edel aus. Ich glaube, die kannst du dir wirklich schmecken lassen heute. Ja, sehr gut. Was haben wir hier? Ich möchte das gar nicht aufmachen, das sieht so schön aus. Hier haben wir Bilder. Und jetzt machen wir es jetzt mal auf. Ah, dreimal nachschne Karten. Und die sind von Desenio. Ich weiß nicht, kennst du Desenio, die Marker? Ja, die haben sehr, sehr coole Bilder. Anja steht, erhalte 10% Rabatt auf deine Bestellung mit dem Code TRENDOBUX. Ist bis 31.12. gültig. Kannst du gerne mal vorbeischauen, wenn du möchtest. Ja, hier haben wir dieses Bild. Sehr, sehr schön. Dann eben dieses You are looking absolutely gorgeous today. Und diese Weihnachtskugel. Ja, gefällt dir das? Du kannst auf alle Fälle zu Hause aufhängen. Ja. 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 Hier haben wir von Etta Verde Black Cheer Cup, Dark Chocolate, das ist ein Dessert. Und ich hatte schon mal von dieser Marke ein Dessert probiert, denn es schmeckt auch so, so unhaustig. Lecker. Gut. Und hier ist es richtig lecker. Mix aus Früchten, Nüssen und Samen. Tönen wir mal, was danach steht. Kostet 1,95 Euro. Und die Schokolade hat er 2 Euro gekostet. Ein edles Dessert aufzudrängen aus reichsten Zeit des Jahres wenig wählen, auch Kerzenlicht und vegane Festtagsbraten. Wird in der schnellen, aber umso kostlingeren Nachtisch, sorgt die Traditionsmarke der Bär, der mit diesem Cheer Cup, Dark Chocolate. Dieser klingt schon allein beim Lesen unsagbar verführerisch und entfaltet letztendlich seinen vollen Geschmack, wenn du ihn mit 100 Milliliter Wasser aufgiehst und mindestens 15 Minuten ziehen lässt. Ach ja, und die Bilder haben wir 14,85 Euro gemeinsam gekostet. Ja, den kannst du dir heute noch gönnen, wenn du das möchtest. Was haben wir hier noch? Hier haben wir einfach noch ein paar Flyer. Hier ist so ein Flyer von Schrott. Seitdem, wie die Reise geht weiter, Prozentreifort gut auf der Rückseite, da kann man recycelte Rucksäcke bestellen mit dem Code Xmas. Ja, der sieht irgendwie lustig aus, oder? Gibt es so ein paar Schilder, ne? Ja, was sagst du zu dem Inhalt? Ja. 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 Und die Box wurde auch von Yanka gepackt, versteht ihr? Ja. Ja. Ja, was sagst du zu der Box? Gefällt sie dir? Ja. Ja. Freust du dich darüber? Ja, das freut mich auch. Wie gesagt, du kannst alles mal ausprobieren. Und wenn du davon überzeugt bist und sie dir gefällt, kannst du dir sie auch vielleicht nächsten Monat selbst bestellen, wie du möchtest. Ich wünsche dir jetzt noch schöne, schöne Weihnachtstage. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und bis dann.